Menschen mit Tätervergangenheit. Das ist für mich ein Begriff, mit dem kann ich sehr viel anfangen. Das ist ein Begriff, den kann ich verwenden. Selbst dieser Begriff sollte meiner Meinung nach differenziert ausdiskutiert werden. Hat diese Person durch den Täterstatus ihrer Großeltern, ihrer Urgroßeltern einen finanziellen, einen sozialen Nutznießen gehabt? Ja, nein. Das wäre dann schon eine Kategorie und eine andere Kategorie und eine zweite Kategorie oder eine dritte Kategorie wäre dann, dass wir sagen, als erstes haben wir mal Nutznießen, kein Nutznießen, also seine Skala. Und danach hätten wir die Skala, waren die Großeltern, waren die Urgroßeltern Teil von Täterorganisationen? Ja, nein. Und auf der einen Seite haben wir jetzt Nachfahren von Himmler und auf der anderen Seite haben wir Nachfahren von Oskar Schindler. Und das sind beides Nationalsozialisten gewesen, nur beide was vollkommen anderes. Das eine, Himmler war ein Täter der ersten Stunde oder Hedrich oder Goebbels oder Göring und auf der anderen Seite haben wir einen Helden. Da haben wir Oskar Schindler. Der war Teil der Nazis. Und hätte er, wäre er nicht Teil desselben gewesen, hätte er wahrscheinlich niemanden retten können oder weitaus weniger oder es wäre noch schwieriger gewesen bis unmöglich. Und darum funktioniert die Definition Menschen mit Nazi-Vergangenheit nicht unbedingt. Das funktioniert auf eine bestimmte Art, nur ich glaube, wir erreichen nicht damit, dass unsere Gesellschaft besser und runder funktioniert und inklusiver funktioniert und transparenter funktioniert, transparenter mit ihrer eigenen Geschichte umgeht. Und ich, der aus einer überlebenden Familie kommt, dessen Onkel als Volksschädling in München gehängt worden ist und der kein Grab hat, fände es weitaus sinnvoller, über die Täter nachzudenken, auch wenn diese Täter vielleicht gar keine Nazis gewesen waren. Wenn der Henker meines Großonkels kein Nazi war, dann war er trotzdem ein Täter. Und das darum Menschen mit Tätervergangenheit.